Wovon ernährt sich das kleine Nachtpfaunauge? Also jetzt pass mal auf, dieser Schmetterling isst nämlich gar nichts. Erstmal isst ein Schmetterling eine kleine Raupe. Das sieht aus wie ein ganz kleiner Wurm. Diese Raupe isst natürlich ganz viel Blätter, manchmal sogar noch andere Insekten. Und wenn die genug gegessen hat und schön groß und dick geworden ist, kann sie sich verpuppen und verwandelt sich irgendwann in so einen tollen Schmetterling. Wenn der Schmetterling allerdings dann einmal da ist, macht er einfach nur noch kleine Kinder und stirbt dann sofort. Deswegen braucht er dann nichts mehr zu essen. Das ist natürlich ein bisschen traurig.